Jetzt habe ich ja eben schon mal gesagt, dass die Performance zumindest in den letzten 5 bis 10 Jahren unterm MSCI World lag bei allen 3 ETS, die ich ausgewählt habe. Die Performance hier waren zum Beispiel 35% beim All World. Dann haben wir hier auf 5 Jahre gesehen 23% beim Global Dividend. Und dann haben wir hier 29,9% beim Stocks Global Select Dividend. Ich habe jetzt mal hier so ein Core MSCI World rausgenommen, hat als Beispiel immerhin 53% gemacht. Das ist auch inklusive Ausschüttungen, also hier sind auch die Dividendenzahlungen jeweils schon mit drin gewesen. Wenn man das Ganze so ein bisschen nicht global angehen möchte, wenn man so ein bisschen mehr Risiko gehen möchte, weil es ist dann nur USA und das ist der ETF, den ich selber auch bei mir im Portfolio habe, finde ich diesen ETF hier sehr gut. Den Spider S&P, US Dividend Earth Stocks ETF, hat aber wirklich eine Performance, die sich wirklich gewaschen hat, zumindest in den letzten Jahren. Hier sehen wir in den letzten Jahren 72%, also nochmal 22% mehr als der MSCI World, obwohl er Dividenden ausschüttet.